Wo sind die Wolstlinge? Du hättest mich ruhig vor den Goblins in deiner Höhle warnen können. Oh, Oruk hat's vergessen. Die Goblins hauen immer ab, wenn Oruk kommt. Hier sind die Wolstlinge. Ich hab sie gefunden. Guter Diener. Schneller Diener. Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirten. Soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Alles gut? Hast du den Bernstein? Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich hab schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halvin. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Was? Oh, die hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht? Du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Arm reif und geh zu ihr. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halvin. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich hab mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, das... Das kommt nur so plötzlich. Na dann. Wolltest du noch was anderes von mir? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier hab ich einen Verlobungsarm reif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Und da einer bin ich nicht.